Hallo liebe Gitarrenspieler, heute zeige ich dir das Intro von Furzum Prism Blues von Johnny Cash. Da erkläre ich euch ganz genau, wie ihr das zu spielen habt und wie es sich im Original anhören muss. Was ihr dazu braucht, ist das Capodasta im zweiten Bund, 1, 2 und dann zeige ich euch gleich in der Nahansicht, wie ihr es spielen könnt. Ganz einfach. So, jetzt haben wir die Nahansicht von Johnny Cash, Furzum Prism Blues. Ihr fangt an auf der zweiten Seite von oben gesehen, im zweiten Bund. Schlagt diese Seite dreimal an. Einmal, 1, 2, 3. Dann schlagt ihr die dritte Seite im ersten Bund von oben gesehen an und das Ganze dann zweimal. Wieder zurück auf die zweite Seite. Dann mit dem Ringfinger auf die oberste dicke E-Seite. Einmal anschlagen. runterziehen, also Band, nach oben gleiten lassen und einmal die leere Seite anschlagen, die oberste. Die los nochmal. Ganz einfach, ne? Also dreimal die Seite anschlagen. Zurück auf die zweite Seite. Ich zeige es euch nochmal. Ja, ganz einfach zu spielen. Einmal die leere Seite oben anschlagen. Das war's auch schon. Viel Spaß mit diesem Riff. sehrciosuction. ist für Sie gefallen. bis zum Glück. Nein, 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 nein. gonna schme skipped ein I-Seite. Das war's auch schon mit dem Tag in фüßen. uma.